So Leute, willkommen zurück zum Zylindermann! Oh Gott, das ist schon nervig. Wir probieren es aber nochmal. Es ist aber auch Tag. Und ich höre noch hier ein bisschen Geräusch. Man will hier ganz lange anfangen und ich bin Kopf durch die Wand. Jawohl, das ist jetzt schon geruselig. Boah, naja. Spiel ist was anderes in der Zukunft. So, oh, jetzt ist ja schon der Baum da. Was soll denn das? Kann das nicht mal ein bisschen warten? Kann ich ja nicht erst mal 200 Minuten durch den Wald laufen? Ja, komm. Das ist ein Mythos. Das Ländermann existiert nicht. Oder doch, ne? So. Wie mach ich das denn jetzt am besten? Ich nehme die Seite. Lauf weg. Und was passiert? Ich rede viel. Genau, das mache ich. Nicht mehr Launa. No. Komm, nimm. So, jetzt habe ich die Kackseite. Ich habe die Kackseite. Einfach durch den Wald laufen. Und ich sollte Worte benutzen. Worte genau. Worte sind immer gesund. Gesund. Ich sollte lauter sein als dieses. Bumm. 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 Gott, wenn jetzt mal meine Nase aufkreuz. Gott. Ich mach glaube ich ein bisschen leiser. Denn das ist laut. Ah. Da ist ja schon der Wagen. Wunderschön. 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 Ah. Ein Lebenstraum. Wenn jetzt die zweite Seite ist, dann raste ich aus. Ah, da muss eine Seite dran kleben. Ah, wunderschön. So. Pause. Bis gleich. So, weiter geht's. Ah. Die ganze, die ganze Zeit ist. Die kann, diesmal nicht aus Space. Ja, man muss es mit leiser stellen ansonsten. Hier ist es dunkel. Oh, was war das? Oh, das war ein Baum, also. Einfach rennen. Sie sind immer noch so dunkel. Ich bin hier noch im Zaun. Sie hätte gleich mehr aufs Schlachtfeld gehen. Ich würde Slenderman. Slenderman, komm her. Du wirst dich siegen. Ich bin Jesus, weißt du? Was ist das? Noch ein Auto. Ein Blau ist sogar. Mit noch einer Seite. Wunderschön. Mein Traum ist erfüllt. Wunderschön. Das, das, das macht mir natürlich noch mehr Freude. So. Komm, wir jetzt zu deinem Namen. Du wirst es ich. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Komm, komm, wo bist du? Wo bist du, du Schlappschwanz? Okay. Ich mach dich alle. So war ich mein, äh. Okay, mein Name soll ich ja nicht. Oh Gott, das ist immer noch nerviger. Komm, wir einfach in den Himmel. Da kann ja wohl schlecht was passieren. Wunderschön. 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 So, irgendwo. Oh, da ist der Blödmann. Ach. Komm her, ich prügele dich platt. Komm, wir machen das wie Männer. Komm, mehr du Arsch. Ich, ich renne nicht weg. Die, das ist zu windig hier. Und, und ich werde halt weggepustet. Oh Gott. Oh, super. Hier ist ein Tunnel. Ach. Vierte Seite, wo ist die? Ach, wie kannst du jetzt ne Pause machen? Was bist denn du? Das ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt für ne Pause. War der ne Seite überhaupt drin? Ich hab nix gesehen. Ich will die, ich will es auch nicht sehen. Wer schenkt einen nach? Ach, ne, komm, scheiße. Ich hab keine Lust, den Tunnel genau zu inspizieren. Wo sind die Rohre? Damit kann ich was mehr anfangen. Ach, hier ist das Haus. Ja, klar. Es seh ich so aus, dass würde ich da reinlaufen. Da muss ich schon sieben Seiten haben. Ich wollte da reinwenden. Obwohl manchmal kann es so sein, dass wir zwei Seiten sind, aber... Klar, es seh ich so aus. Oh Gott. Jetzt bewegt dich. Hör auf zu atmen. Du bist nur ein paar Meter gelaufen. Wie unsportlich bist du? Bestimmt halt diesen sechsten Sport her. Das ist ja unglaublich. So, wo ist der Slenderman? Jetzt kommt er direkt vor meiner Nase. Ah, ich soll nicht zu viel rennen erst, wenn ich den sehe. Slendy. Wo sind die... Ja. Pfff. Ich will da reinrennen. Mann, wo sind die Wassertanks? Ich hoffe, ich habe einen schönen Abstand gemacht. Wassertanks. 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 Ey, wo sind die blöden Tanks? Die standen... Ach, da. Na, ich will das auch ein bisschen kontrollierter machen. Ich hasse, wenn es eng ist. Ich bin wenig claustrophobisch mit solchen Spielen. Wenn es hier so ist, dann könnte der rechts stehen. Ich erschrecke mich voll. Ich sch... Oh Gott. Nehmen wir den Kack auf. Vier Seiten. Juhu. Ey, das ist doch sogar ganz gut. Oh, was war das denn? Au, ne, falsche Richtung. Oh, mein Gott. Was war das denn? Ich will in die Richtung. Nein, ne, bald gehe ich nicht. Nein! Lauf! Nein, lauf doch! Du homo! Nein! Lauf in die Richtung. Lach! Hör auf! Wir sind lauter stellen. Nicht ganz leise. Dann macht das überhaupt keinen Spaß. Oh! Oh Gott! Wo ist denn der? Slender! Da hinten. Ich habe ihn gesehen, glaube ich. Ich habe zumindest ein weißes Kopf gesehen. Ich werde Abstand gewinnen. Wohin? 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 Wohin mit da? Steine. Muss ich mal schnell... ... ... ... Ach! Noch ein Blatt! Her mit dem Ding! Oh! Ist ja noch besser! Ist ja noch besser! Immer schön lauter! Boah! Meine Hand, ey! Die zittert! Oh! So zitterig! So zitterig! Scheiße! Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Der ist hinter mir! Oder? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Ja, du bist direkt hinter mir! Du bist ein ganz feiner Kerl, weißt du das? Boah! Und bist du immer noch da? Verwertet, du PENO! Pff! Okay, damit muss ich eigentlich rechnen! Das heißt, er lächelt mich aber! Uff! Einfach nur geradeaus und... Wo ist was? Ich will noch eine Seite finden! Ich bin noch so gut hier! Ich will es ja so gut, ey! Das ist überhaupt nicht! Boah! Wie kann man jetzt so außer Atem kommen? Pff! Verdammt! Ich muss irgendwo hinrennen! Denn... Boah! Jetzt schon wieder eine Pause! Nimm ab! Mach Sport! Trainier deine Kondition und Ausdauer und den ganzen Scheiß! Ich bin selber unsportlich und warte eigentlich im 5. Sport, aber... Wenn mich so ein komisches Ding da verfolgt! So... So ein Anwalt da mit einem Anzug und mit einer Socke auf dem Kopf! Da renne ich natürlich auch! Naja gut, ne, ich renne nicht! Wenn ich weiß, dass ich den Konflikt unmittelbar äh... äh... Nicht vermeiden kann, dass der Dreck kommt, dass... Dann prüge ich mich lieber mit den Slanermänner, als vor dem wegzulaufen! Ich meine, der hat nur zwei große Arme! Das ist zwar ein unglaublicher Vorteil! Der ist zwar gigantisch groß! Und... Naja, sein Kopf hat mal ein bisschen Angst, aber... Oh, verdammt! Ich komm nicht mal weg! Ja, oder... Boah, wie muss ich das sein? Ich seh nix hier! Ich seh jetzt echt mal im Dunkeln spielen! Wo bin ich denn nur? Ich seh echt nur schwarz, bis auf dieses kleine Licht hier! Boah! Hey, das läuft so gut! Boah! Ist dir gut? Ah, ich seh nix! Kann ich endlich zoomen? Ne, ich will nicht ausmachen! Boah! 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 Ah! Boah! Ich lauf zurück! Ich muss irgendwo anders hinlaufen! Was fehlt denn eigentlich noch? Ach ja, dieser komische Sturm, da wie er da aussieht wie... wie weht der männliche Lieblingsorgan! Ne, das ist doch keine Ahnung! Doch! Ne, doch eigentlich schon! Ach, keine Ahnung! Ich sag mal, die männliche Triebe! So! Oh, da ist der Baum, der weicher schon! Komm, scheiße! Ah, da! Wie lustest du es? Ja! Oh, da ist das Brot! Mann, ist das gruselig, ey! Ich will nie mehr! Kann ich nie unterbrechen? Oh Gott, würde ich das jetzt noch spielen, dann würde ich total zur Panik bekommen! Das hat ja letztens auch so gut geklappt! Aber ich, ich glaube ich nehm den Part! Als Beispiel für den Kanal-Trailer oder so, keine Ahnung! Ich hab' keine Ahnung! Ich hab' keine Ahnung! Ich hab' keine Ahnung! Ich hab' keinen Kanal-Trailer! Und wo ist der wo? 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 Okay, nicht doch nicht! Ja, mit Brille geht's leichter! Ich bin so'n Mensch, der der, wenn's einem langweilig ist, oder wenn er gerade, wenn er kein Mensch in der Nähe ist, der gerne brüllt! Wo ist der wo? Wo ist der wo? Okay, das wär's! Das wär's! Das wär's! Rennen! Lauf dort! Das komische Ding! Wo, what the fuck? Wo bin ich denn? Ich hab' keine Ahnung! Boah, ich hoffe, das sieht man auf Youtube ein bisschen mehr! Ey, das ist zu dunkel, ich seh'n nix! ich mache mir selber angst als das leider bei mir ich habe schon sechs seiten ich muss in das haus ich will nicht in das haus ich habe einen schuss oh scheiße meine fresse ich will nicht mehr ich will nicht einfach in seine arme reinlaufen zumindest wenn die zeit um müssen werde ich das höchstens machen da man wenn man alle acht seiten gefunden hat sowieso stürmen okay fünf seiten aber damit lässt sich was anfangen das das muss ich noch bessern aber das nehme ich als fahrt das ist ein guter fahrt ich bin stolz auf mich ich hab's ich hab's geschafft mit einer unterbrechung aber dass das aber naja es ist der nächste tag der fernseer läuft da man kann hier wahrscheinlich in hellzüttig hören also es ist nicht wirklich die gruselige atmosphäre hier haus na ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen nächstes mal die atmosphäre große bis dann Vielen Dank.